Hii, und weiter geht's Jaja, so geht's auch wieder weiter weiter Als Vulkan-Galaxie Kannst du auch besser anfangen, wie jetzt? Nee Jaja, da fängt er gleich mit seiner Lieblings-Galaxie an Das war nicht geplant Was war das für eine rechte geplant? Wie, Eisbergsteilwand? Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Oh meh, oh meh. Oh meh. Oma, oh meh. Ach man, diese Trollmünzen da auf dem Berg. So. Wo gibt es hier überall Münzen? Wo denn? Armer Toad friert. Ach, das Eis schaut wieder so schön aus. Hallo. Ich habe ein Wasser gesucht, aber es waren keine Münzen zu finden. Mir hat er nicht Pech gehabt. Ach man. Wie sie alle da so einzig verstreut sind. Man muss überall hin. Überall. Ach man. Wie ich hier angesprochen habe, ich mache das einfach random, in welche Welt ich gehe. Ich weiß nicht, was auf mich erwarten tut. Und wie viele Sterne werden wir heute ergagern? Sagt's in die Kommis. Sagt's in die Kommis, genau. Sagt den Kommis in die Kommis. Mhm. Ne, ne, da noch nicht. Nein, nein, nein. Da gehen wir ganz am Schluss hin. Ja, mach hinne. Mach hinne. Du, 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 du. Alles so schön, Isaac. Du, 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 du. Du, 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 du. Und das reimt sich nicht. Warum soll sich das reimen? Ich weiß doch nicht. Ich will da rauf. Ich will da rauf. Meine Dame. Und was war da? Ich soll mal wieder da raufkommen tun. Ich. Hallo? Hallo? Ich soll mal da raufkommen? Nein, ich sterbe. Ich sterben tun. Hüpf, 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 hüpf. Und ich verliere ein Leben. Und da habe ich auch was verpasst. Warum tue ich sowas? Also diese Münze nicht vergessen, weil... Da bin ich mir sicher. Die vergesse ich dann. Ja. Das ergibt Sinn, ja. Sinn ergebstunden mit Segel. Nur bei mir. Wo sonst? Wie kommt man da hoch? Hallo? Ah. Und jetzt muss ich mich beeilen. Beeilen. Boah. Like a troll. Warum ein Troll? Keine Ahnung. Jetzt muss ich an dieses Viecher aus Harry Potter denken. Jetzt muss ich denken an dieses Ding da. Los, rauf mit dir, Mario Galaxy. Ja, er heißt mit dem... Nachnamen heißt er Mario. Nein. Er ist Mario und dann Galaxy. Mr. Galaxy heißt er. Mr. Universe. Ja, ja. Ja, ja. Unser Bodybuilder. Ja, der... Builded Bodies. Ach man. Los. Alle Münzen einsammeln. Und hier ist auch eine Münze. Das hätte ich fast übersahen. Übersahen. Ja. Äh. Bräum. So, irgendein Thema wollte ich eigentlich ansprechen. Das ich im Pokémon-Part nicht angesprochen habe. Aber ich habe es wieder vergessen. Das ist jetzt so interessant für euch. So. Wo geht es denn da auch auf? Wo geht es da? Nee, wo geht es denn da unten? Boah! Ich glaube, das war dumm. Warum habe ich die Münze da nicht? Warum habe ich sie nicht eingesammelt? Jetzt habe ich sie. Jetzt. Jetzt. Und ich... Ich kann schon etwas über die Welt sagen. Aber was bringt es? Ja, weil... Ihr weißt doch, was ich da meine. Ja, natürlich. Och nee. Ach so, sind wir nur da oben. Ihr wisst ja. Das ist meine Lieblingswelt. Was soll ich da schon sagen? Voll kacke ist diese Welt. Voll kodig. Du, 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 du. Los! Auf mit dir. Ist mir das Thema vorher wieder eingefallen und jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich etwas anderes angesprochen habe. Ist denn das der Possibility? So. Da gehen wir zu Schlussi raufi. Deutsch wieder. Äh. Was wollte ich denn ansprechen? Ach ja. Heute ist ja... Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag. Halt der Vortag! Wenn ihr das... ...am gleichen Tag anschaut, dieses Video... Wenn ihr... Als ich es hochgeladen habe. Genau, Deutsch. Wenn ich es hochlade und ihr dann das am gleichen Tag seht, dann kriegt ihr ein Lolli. Ja, ja. Ein Lolli nach Hause geschickt. Ja, ein Lolli. Nicht diesen Lolli, sondern ein Lolli. Ihr kennt euch sicher voll aus. Die Otakus kennen sich aus. Aus, was ich meine, ne? Kann man mal hauen. So. Ich muss mich konzentrieren. Das da. Das. Nein, das war falsch. Wie spawnt das denn wieder? Und... Jetzt. Ja. Warum kriegt ihr ein Lolli? Ach ja, am Vorhärtag. Nehme ich es auf. Und ich habe... gestern den halben Tag und heute den halben Tag damit verbracht mich um die Capture Card zu kümmern und um die 3DS Capture Card. Boah, so viel Arbeit ist das. Aber das gehört einfach dazu. Mit der Technik. Dass man sich da befassen muss am Anfang. Sehr viel. Und dann kennt man sich irgendwann wieder aus. Irgendwann. da rauf mit dir. Und dann sind alle fröhlich. Und ich habe heute... Ich bin heute um... 8 aufgestanden. Was sagst du? Ich bin Eis. Siehst du das nicht? Ein Eisbär, geschön. Kannst du mich eigentlich abhacken tun? Ich will, dass du mich abhacken kannst. Warum ist der so happy? Das gibt es sicherlich ein gutes Thumbnail ab. Der ist gruselig. Ja. Und... Ja, um 8 bin ich aufgestanden. Habe mich eh gleich an die Arbeit gemacht. Und auch... Heute habe ich auch den... YouTube Uploader probiert. Weil... den Inezuma Eleven Part... den ersten... den ersten... so... stirb nicht, Mario! So... äh... hab ich... na, wollte ich hochladen. Ist da... wow, 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 wow. nicht so ektisch, ne? Wollte ich hochladen. Habe ich ja dann am Ende gemacht. Dank dem YouTube Uploader. Ich habe ihn aber am Anfang... ähm... auf YouTube... auf der Startseite... YouTube... da hochladen drücken. Und ich gehe den falschen Weg. Habe ich so hochgeladen... und irgendwie hat es dann... an einer Stelle... Ewigkeiten dann gebraucht. Es hat sich nicht aufgehängt, aber... irgendwie... keine Ahnung. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Und... dann habe ich es noch einmal probiert. Dann ist wieder irgendwo stecken geblieben. Schnell, schnell. Schnell rauf mit dir. Nein! So. Nein! Warum... So. Hm. Komm schon! Mann! Kommt man da hoch? Ja, wie sonst. Und... So, ich schaffe das, Jung-Emsen. Jung-Emsen. Äh... Ja, ich habe es dann hochgeladen... oder es ist gegangen... weil... ein bisschen was anderes... und ich habe auch... nicht gewusst... soll ich dem trauen, weil... da muss man... sein... Ja... Sein YouTube-Konto da... den Namen und auch das Passwort... hinschreiben. Keine Ahnung. Mal sehen, wenn irgendwas in der nächsten Zeit passiert, dann wisst ihr ja warum. Mhm. So. Einmal probieren wir es noch und dann speeden. Nein! So. Nein, nein. Los! 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 Ach, endlich habe ich es geschafft. Und auch so nervig. Warum muss meine Mutter mitten beim Aufnehmen reinkommen? Ich hasse das, ich hasse das. Ach, warte. Darauf konzentrieren. Ja, mach halt, mach halt. Spastik, Spastik, Spastikus, Spastikus. Nee, nee, wir brauchen das denn wieder. Das weiß ich noch, das weiß ich noch, Leute. So, wo war ich denn vorher? Wo war ich denn vorher? Äh, schreibt es in die Comments. Nein! Ich werde das jetzt nicht mal späten. Ich cut einfach. Ich cut einfach. Puh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klug, das kann man gleich vergessen, dass man mit diesem Ort, mit diesem Ort zu Ende geht, genau. Wenn man hier am Schluss hingeht, ist es nicht so klug. Man, schneller, schneller, ja, klitscht er durch, so, da hinten war da noch eine Münze, gibt es was klicken? Nee. Nee. Die Trollmünze nehmen, hu 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 hu. Und Cut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr blöden Blöcke, ihr, und welch, da unten war ja irgend so ein Schatten und deswegen bin ich zurückgegangen und da ist nix. Warum ist da nix? Das war nervig. Extrem nervig, kann ich euch sagen. Und so lange dauert das auch noch. Und du, geh weg, du Ball. Was ist mit dem Ball los? Kommt der nochmal? Na ja, Glück für uns, geh weg, du lässliches Blockviech. Schaut euch dieses hitzliche Ding an. Für nix und weder nix ist es Gott. Keiner mag ihn. Sie müssen allein leben. Für Ewigkeiten. Warum kommt da nix raus? Warum so einfach machen? Höhöhöhöhö. So, mach schon. Ich will runter von diesem Berg. Und wehe, der Stern landet, äh, der Stern landet irgendwo da oben. Wehe sag ich euch. Wehe, sag ich euch. Wehe. Ihr wisst, was dann kommt. Mhm. Ich komm euch besuchen und schlag euch mit meinem Dodo. Das werd ich machen. Hey, Captain Toad. Oh, auf den Gipfel. Traumhaft. Oh, Mario, von hier aus kannst du mir... Hex-oh, 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 Hex-oh. Hex-oh. So. Schaffen wir es. Wehe. Yep. Und hier auch noch. Oh, endlich. Und den Rest werd ich wieder speeden. Weil das haben wir ja schon gesehen. Also, berühre ich gleich schon wieder. Oder ich weiß nicht. Vielleicht soll ich das alles speeden oder nein oder doch? Oder vielleicht, oder vielleicht? Und gleich, 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 gleich. Oh, juhuuh. Oh, juhuuhuuh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute ist nicht mein Tag. Ja, ja, das möchte ich wenigstens noch schaffen heute. Man hört das Trommeln. Ja, ja, wir wissen, wir wissen. So, wie macht man das? Hochhebel? Man sollte vielleicht das Schild lesen. Ach man, mir egal, ich zeige jetzt das E-Stack. Hopp, hopp, du kannst es schneller, Mario. Man, Sio. So, alles ignorieren, dann können wir das zeigen. Vielleicht ist es eh klug. Boah, habe ich jetzt gespuckt. Eh klug, alle Goombas zu töten vorher. Wenn ich jetzt nicht stehe, ja bö. So, ist es da unten? Ja, wie soll man das jetzt zeigen, hm? Vielleicht da rauf? Kommt man da irgendwie rauf? Hallo? So, rauf mit dir. Und hier seht ihr dieses E-Stack aus Zelda. Und einsammeln alles. Wie viel waren das? 40. So schnell können wir Sternenteile ergagern. So, und jetzt zurück und alles ist entspannend. Entspannend ist alles. Und wahrscheinlich werde ich jetzt von wieder runterfallen. So. Boing. Boing. Und so. Hätten wir das nicht mehr erblicken können, dieses E-Stack, ne? Ach man, das letzte E-Stack war das, wo ich mir irgendwie sicher war, da ist jetzt ein tolles E-Stack und dann irgendein... Irgendwas. Oh. 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 Ja. So ein irgendwas. Genau das ist es dann geworden. Äh. Nur so ein Zug. Puh. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich bin lebensmüter. Aber jetzt... Jetzt muss ich still stehen. Oh. Nee, 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 nee... Komm schon. Schaffe ich das jetzt wirklich so, First Twilight? Twilight? Ne? Alter, ich weiß wie ich da immer gefällt habe. Wuuu! 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 Auch wann diese Stelle da. Die kann auch noch böse werden. Los! Okay, ganz sachen. Ganz ruhig. Gumba, geh weg. Gumba, ja, mein Lord. Gumba, ja. Gumba, ja, mein Lord. Gumba, ja. Gumba, ja, mein Lord. Das mach ich jetzt nicht. Das ist blöd. Und ich wackele jetzt so blöd herum. Man kann das nicht schneller gehen. Bitte, komm schon. Ja, voilà. First try. Also wenn man... Das erste zählt nicht. Das zählt doch nicht. Das zählt doch nicht, Leute. Ich hab da die Steuerung vergessen. Das klingt jetzt irgendwie so... Nach Ausrede. Aber... Die doch irgendwie stimmt. Naja. Ach, wart. Da. Das war ein gutes Ende jetzt. Ein gutes Ende. Keine Ahnung, wie lang der Part sein wird. Weil ich werd... Sicher nicht alles so lassen, wie's jetzt hier ist. Ich werd dann noch speeden. Und wir haben heute einen Stern geschafft. Ach, Mann. Wer hätte denn das gedacht am Anfang, dass wir heute nur einen Stern schaffen. Ja. Dann... Tschüss. 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 Tschüss.